was geht ab meine freunde zur allerersten folge smash mary kill oder auch mary kill auf meinem kanal wir bringen jetzt immer samstags ein random format auf meinem kanal alle zwei wochen aber jede woche auf game manix.tv deswegen abonniert den kanal weil ihr regt mich eh schon auf weil ihr den immer noch nicht abonniert habt und ich habe auch gehört jeder der den abonniert kriegt 5 euro von superman dallas habe ich auch gehört einfach so ich habe auch ein zertifikat davon aber das liegt gerade im anderen zimmer weil wir konnten momentan beide beine gebrochen deswegen kann ich nicht so gut gehen genau deswegen sind wir auch gerade bei dem zu hause um ihn zu pflegen genau ich beginne und warte hast du schon gesagt dass es noch eine folge gibt bei game manix die erster link in der beschreibung ist erster link in der beschreibung ist auch noch genau dasselbe format heute jetzt in der minute online gekommen bei game manix.tv check das da auch ab und abonniert den jetzt endlich mal so das erste mädchen elicia marie alicia elicia marie den kenn ich sogar alter kann man machen muss man aber nicht und abonniert den einzeln also entscheidweise das nur ein mädchen ja ich habe mich auch gerade gehört ich würde simon töten Simon! Simon fuckt mich eh voll ab. Richtig, ey. Elitja würde ich heiraten. Ist nachhaltiger. Ja. Ja, und ungewöhnlich einmal kurz seinen Dread küssen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Dann wirst du wieder krank. Dann werde ich wieder krank, so wie damals. Und ja, das ist mal eine Entscheidung, die ich gefällt hab. Super. Luizen ist dran. Welchen Namen denn hier? Oh, ich hab Mädchen. Kiesi. 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 Revenzeit. Und? Kungatzen. Was geschieht hier? In dem Laden. Wer ist der Bastard? So. Entscheide ich gut, du hast nur ein Mädchen. Oder zwei, ich bin bei denen nicht so sicher. Da fangen wir gleich mal an. Dann würde ich erstmal Revi töten. Boah. Ich glaub das ist am nachhaltigsten, wenn Revi raus ist. Du seid mal nicht so erstaunt. Ihr hätt jetzt genauso gemacht. Nee, Alter. Ich hätt ihn wie dreimal geküsst und gehalten. Ja, genau. Ich hätt Kiesi getötet, Alter. Auch wenn ich ein Typen bin, Alter. Hammerhart, ey. Kauft mein Merch. Schlechter Freund. Ist echt so. Nee, das ist gar nicht mein Merch. Du musst den Dauerwerbesendung einblenden. Das hab ich gefunden auf der Straße gestern. Wirklich. Außerdem trage ich das so weit. Ich hab nix anderes mehr. Ich heirate Kum Gartzen, damit er seinen Merch verkaufen kann. Weil wir dann Geld haben. Ja genau, weil wir dann Geld haben. Und dann komme ich immer zu Kummer und küsse und geh mit dem Fremden mit dir. Das ist okay, weil dann kann ich Kiesi so einfach knallen. Das ist mein Zeitschick dann. Dein Zeitschick? Genau. Wenn ihr fremd geht, mach ich das auch. Arme Revi. Eugen Beckel. Das ist mein Bruder. Da hab ich gedacht, kann man den auch mal reinnehmen. Wer? Nur mal Lana rauffallen. Ich hab mich schon gefragt, wann man den zieht. Nein. Miguel Papillon. Jaaaa. Das ist bis jetzt die beste Runde. Alter, das ist grad richtig schwer. Das Einfachste ist eh, ich heirate Eugen Beckel. Weil dann küssse ich den und stell mir vor, dass du das bist. Ja eben, das ist sehr gut. Das Einfachste, genau. Jetzt ist aber halt schwierig. Boah. Weil, ey, es ist wirklich schwierig. Ich könnte Miguel Pablo für immer auslöschen. Ja, aber... Wenn du Novalanalo für immer auslöscht, musst du Miguel Pablo küssen. Ja, aber ich glaub, das ist einfacher, oder? Man muss halt ein Opfer für einen größeren Bereich überbringen. Und Miguel Pablo schädigt mehr Menschen als Novalanalo. Und vielleicht, wenn ich die knall, Alter, krieg ich mal ne Dievenreise for free von dir. Oder du kriegst Kinder und dann kriegst du Kindergeld. Jaaaa, Kindergeld von Novalanalo. Okay, Miguel Pablo, down taken, Alter. Novalanalo, du wirst ein bisschen knallt. Aber auch von hinten, um Dominanz zu zeigen. Ja natürlich. Ich bin dran. Eins, zwei, drei. Hier, Luizen. Oh, korrekt. Das Feld wird geleert. Okay, so. Gronkh. Wer ist das, ey? Ich muss googeln. Funny Pilgrim. Dritte Person ist... Petrit. So, ich muss wieder überlegen. Pass auf, du hast nur ein Mädchen. Ja. Ich würde... Gronkh heiraten. Alleine, weil ich die Möglichkeit habe, dies zu tun. Dann würde ich ihm immer bei seinen Let's Plays zugucken. Wie so ein Creep, Alter. Und guckt, wie der aufnimmt. Wegen der Nachhaltigkeit würde ich Funny Pilgrim als Zeitmädchen nehmen. Und Petrit, ey, das ist nix persönliches. Oh, er tankt Petrit down, Alter. Ja, ich mach bei dir und dann Feierabend. Und dann Feierabend. Und dann ist Feierabend mit uns beiden. Aber nix persönliches, Bro. Jetzt gleich fixest du Whatsapp, bevor das Video überhaupt online ist. Du passt, Alter. Und mit seiner badischen Crew an. Und mit auseinander. Ich bin dran. Ich hab schon gezogen. Oh Gott, mein Lieblings-Youtuber, Leon Machère. Boah, korrekt, Alter. You Marshall. Ja, du kriegst Wachchen vor früher. Oh, ich hab Melina so viel gezogen, Alter. Ey, die wollte ich die ganze Zeit haben, ne? Ich wusste, dass die kommen. Ich wollte sie heiraten und küssen. Und Sascha von den Außenseitern. Haha. Entscheide dich weiter. Das ist dein Mädchen. Boah, Junge, ne? Das Schlimme ist, Also ich will auf jeden Fall mit Lina heiraten. Weil dann hab ich richtig lang was von der. Und kann echt zu der nach Island ziehen. Dann hab ich richtig lang was von der, ne? Jaaaa. Melina, ich liebe dich. Komm doch jetzt in unsere Show vorbei. Wir bezahlen ja auch Flug. Dann würde ich auf jeden Fall einmal Leon Machère küssten, weil dann krieg ich hoffentlich ne Waffel umsonst. Oh, Leon Machère. Und dann tötet sich Sascha. Ich hätte aber auch zu viel Angst, um Sascha zu verkennen. Da wirst du ihn auch so lieben. Ja, ja. Deswegen, man hat wenigstens Waffel. Man darf nicht den Unkraut umdrehen und dann bedüngen. Ja. Apurett. Ohhhh. Ich weiß, wer der andere ist. Sander. Sander. Warte. Warte, der andere ist glaube ich korrekt. Superman Dennis. Jaaa, er hat ihn bekommen. Superman Dennis, Sander und? Und? Apurett. Apurett. Genau. Korrektes Finale. Oh, Junge, Junge, Junge. Also. Safe nehme ich Dennis komplett auseinander. In sein Lichtes. Aber nicht im Bett, sondern mit... Metzen. Also wird töten. Superman Dennis Safe. Der wird auseinander genommen. Anders, wie du siehst, halt deinen Maul ein. Deswegen hat er auch ein Mordanschlag-Video hochgeladen. Ja. So. Sander, den heirat ich. Damit es wieder bergauf wird. Nachhaltiger. Damit der viel Liebe hat und alles. Wobei nachhaltiger aber glaube ich echt mit Red. Der hat mehr Patsch. Aber ich meine so von Leben her Liebe. Ja, mein Leben, Liebe wäre besser. Manchmal ist Liebe wichtiger als Geld. Und Apurett knall ich im Range Rover, wenn... Men's... Lauf der Motorhauber. Ja. Mit Tank Tank Tank. Er hat sich damit auch Geld machen, wenn du das im Internet oben hinst. Das ist doch korrekt eigentlich. Masst du die Katja einfach mit Kreditkarte, kann man sich anmelden und dann... Ja. Ja, easy. das war's mit dieser folge wir hoffen euch hat diese folge gefallen schaut auf jeden fall ersten link in der beschreibung da ist das video von gaby manix tv dann wir auch einmal smash mary kill gemacht und mary kill wie es sein wollt und wir sind jeden mittwoch und sonntag live um 18 uhr wir leben da gut und liken abonnieren ihr kennt den ganzen schauerlack den wir machen müssen auf euren bildschirm mit lippenstift und postet davon bild auf twitter ja macht es wirklich die leute